Hey und Willkommen auf dem Minecraft Final, Marcel darf es jetzt mal. Heute gibt es eine Runde Kiwi mit der Flamme YouTube. Hallo, hallo, hallo. Hallo Freunde, let's go. Ja, let's go ins Game rein. Was ist das? Das ist ein Witziges. Willkommen jetzt immer mehr in Halloween-Küche rein. Ja, das ist echt geil. Wir haben jetzt Halloween, bald. Äh, was wollen wir da mal machen? Ich mach's dir ernsthaft. Hör mal, warte mal. Also, warte mal, was ist das Game? Äh, äh. Vielleicht krieg die wieder gespült. Darf ich mal ganz kurz den Leuten was erzählen? Erzähl, erzähl. Was du nicht rausschneidest? Erzähl, ja. Warte, ich muss ja da runter, ne? Ah ja. Und zwar, ah! Äh, drücken wir mal drauf. Hab Fledermausen getroffen. Also Leute, es ist so. Äh, ich tue mir immer meine Videos vorproduzieren, ne? Was siehst du mal mit von 0,0 Planung? Ich muss bald ins Bett, ne? Ah, ah, ah. Wir nehmen jetzt auf, super. Guck mal. Äh, immer diese Flamme. Hihihi. Immer diese Flamme. Immer die, die sich beschwert, weil die Videos pünktlich kommen sollen, ne? Ach. Guck mal. Marcel, ich weiß nicht, wo ich das Ding hinbringen soll. Ne, rechts. Bei dem. Poster. Alter. Da, 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 da. Hab Fledermausen getroffen. Ich tue gar Fledermausen. Ich hab schon mal Maus gefunden. Äh. Marcel, kannst du eigentlich noch irgendwas machen? Ja, kicken. Äh. Entschuldigung. Warte mal. Marcel, bitte nicht so wie letzte Folge. Dass ich alles mach. Äh. Achso. Okay, schon. Da war ja was. Marcel. Ups. Oh Gott. Das letzte drin, mein Lieber. Das sag ich doch. Ups. Alter. Hilfe. Hilfe. Du musst da rüber. Ist das Maus? Oder nicht? Ups. Fledermausen getroffen. Geh. Geh. End. Hilfe. Was? Alles klar. Leute. Wir haben's spät. Es tut mir leid. Flu. 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 Stehst. Was? Du bist top. Au. Ups. Warte. Das Essen. Das nehme ich mir mal. Guck jetzt. Marcel. Guck. Wie immer. Marcel. Das hier wird noch. Ah. Der ist eigentlich mit dem Schädel. Im Fall. Ja. Es ist hier nicht. Hallo. Hallo. Nein. Spaß. Mau. Jetzt musst du mal was machen. Eigene Maske machen. Ach guck. Komm nicht. Witz und Kram. Eigene. Ma. Ma. Okay. Hilfe. Was machst dann du? Das fliegt. Marcel. Ich bin doch der. Ich hab. Ich hab doch für den Shop alles kaputt zu machen. Toll. Ups. Oh. Okay. Ich mach ja schon alles. So. Okay. Muske. Ich brauch Hilfe. Wow. Marcel. Eigen. Hilfe. Mein Marcel. Du hast das Falsche am. Intern. Ehm. Maske. Wir brauchen Maske. Ma. Sag ich doch. Ma. Ach guck mal. Als klein geschrieben ist. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Kein bock mehr. Dankeschön. Das ist doch alles klein. Wollen die mich eigentlich veräppeln? Äh. Geh doch jetzt endlich. Du scheiß rein. Du scheiß rein. Schimpf ihn doch nicht. Beleidigen. Habe ich jemals in meinem Leben irgendwas beleidigt, hm? Du äußern bist jetzt was mein ich. Marcel. Ja. Ja. Aufpassen mein Freund. Aufpassen. Hilfe. Jetzt. Ja. Warte mal. Was heißt das? Was heißt das? Was wolltest du denn sagen? Nix, nix. Sag? Ich hab gar nicht was ich meine. Sag ich. Ich wollte wirklich nichts sagen. Hä? Ich hab ja ein Problem. Da ist das Spiel verpackt. Ist ja. Entweder das oder das was dem. Oh. Jetzt mach ich. Jetzt mach ich. Ähm. Werden wir es gibt ja nochmal schnell was zu groß machen kann. Ja. Das würde ich ja auch grad die ganze Zeit. Also wir haben ja auch diesmal kein Tutorial bekommen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. E. Durcheinander. Schnellschnapp. Ja. Warten wir es schaust. Das sieht sich hier auf der Warten. Wir sind da dumm zu sehen. Nein. Hat das. Nein. Warte mal. vielleicht müssen wir das normale wort finden maske ohne dass dann wenn es jetzt geht dann können nämlich mal ich bin weg das ist schön dankeschön ich spiel jetzt nicht mein kopf ganz ehrlich mein gott ich meine ich will jetzt nichts sagen ich mache jetzt gar nichts weil ich stehe jetzt auf dem tresor und steht in mein leben ich kann dich nicht zu hauen du kannst er mich zusammen Was wolltest du grad sagen? Was wolltest du grad sagen? Ich höre gesagt, ich hau ich dich zahm, aber du haust mich zahm. Ja, die Leute wissen, wie ich aussehe, aber... Ich weiß es. Pass auf, mein Freund. Ach, ist das so schön hier. Komm jetzt. Schön im Radio. Mit meinem Kopf. Guck mal, wunderschön. Mach ich das. Oh, geil, mir wird ja ganz schwindelig, ja. Was willst du? Komm, komm, komm jetzt. Was ist denn das für ein Hefel? Haftig. Oha, bitte komm. Ich mach doch. Oh, du... Kleine Schweine. Mach Marcel, komm auf, auf, auf. Hoppopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ja das war's das komplett das hat jetzt keiner das bleibt alles nur meine fälschchen nur meine fälschchen rausgeschnitten nein das ist auch für immer so viel zu schneiden das bleibt alles drin sogar das was ich jetzt sage und das was ich auch jetzt gerade sagen dass ich jetzt gerade sein ich schaue das richtig mal irgendwas rausgeschehen ist so ich habe mich kacke scheu so ich habe schon ich mache wieder alles da oben Ich warte. So. Piep, 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 piep. Scheuche auf der Flucht, ne? Ja. Blamme? Ja? Es gibt normale Leute, ok? Was soll das jetzt heißen? Und dann gibt es uns. Okay, ich dachte gerade, du sagst, und dann gibst du mich. Ich bin nämlich aus Flammen. Ich wollte ja auch noch einmal auf mich sagen. Ich bin ja aus Flammen. Ich bin kein Mensch. Ich habe mich auf Flammen gemeint. Ich habe mich auf chaotisch gemeint. Verplant. Schnell weg. Verplant. Sag dir, das gefühlte Erzbrett am Laufmann. Mit Herzwort zusammenbringt. Ja, wie ich sie mir auf sich sehen, überreden muss, die Wiese machen. Das ist nicht mehr normal, Leute. Das ist ja bei meinem Video. Ich habe mich sonst mit alles rausgeschnitten hier. Ich kenne ihn doch. Wehe, was wir zu wissen. Wir müssen mit der letzten Wiese alle ankommen. Ja, und das bleibt auch so. Ja, und das bleibt auch so jetzt. Bei der letzten Wiese habe ich mir irgendwas nicht geschickt. Äh, gar nicht geschickt. Weil ich einfach, ich bin jetzt ehrlich, mir zu faul gewesen. Ja, und das ist auch jetzt bei dem Video so. Okay? Gut. Ich muss einfach alles, was du sagst, raus. Wenn du was sagen willst, wird es rausgeschickt. Okay, es ist spät. Okay, es ist schon 19 Uhr. Wo ist 19 Uhr? So, ich gehe heute früh schlafen. Was für 19 Uhr? Ey, 21 Uhr. 19 Uhr wäre ja schön. 19 Uhr? 19 Uhr wäre ja schon gewesen, aber ja. Ja, das war richtig schön. Kein Zutritt zum Keller. Zum Keller. Geh dir vorbei, ich packe. Bitte nicht. Komm, jetzt nur das Spiel ist, das Spiel ist so verpackt ab und zu. Jetzt ist ja auch alles neu. Aber einmal packen wir uns durch die Welt. Äh, was noch? Aber ich habe mich eigentlich geschafft. Ich habe mich eigentlich geschafft. Ja, ich habe mich durch die Welt packt. So, wir hatten noch viele Paxer. Ja. Hui. 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 Die nächste Folge, Kiwi, bei mir kommt alleine. Ohne Plan, würde ich sagen. So. Sie sind so böse auf mich, ich weiß. Hallo? Sie sind so bei der Regenamt, und sie sind tot, aber. Also, sie ist tot, danke natürlich. Danke für die, danke für die, danke, was er dazu ist, sie ist tot gemacht, danke. Komm, redet sie da. Nicht beleidigt sein. Also, sie ist tot, danke. Tja. Anreden geht auch nichts mehr aus. So, komm. Achtung! Achtung! So! Komm! Kurz weiter! Tschüss! Oh man! Ich hab 14 Minuten gebracht. Ja! Für Gold hätten wir 10 Minuten länger... Äh... Kürzer... Äh... Ich würde mal sagen, das war so eine Folge. Ja, aber ich nehme mich jetzt schlafen gehen muss. Hat wer gesagt? Ich. Okay. Es ist 21.12 Uhr. Eigentlich wollte ich bis zum... Okay, ich bleib noch ohne. Ist das schon gut. Willst du was sagen? Damit würde ich sagen, Leute, das war's. Ja, mein nächstes Mal Kiwi. Freundchen, machen wir das früher? Ja, komm mal. Gell? Dein Blick gerade. Ich seh deine ganze Feste. Ich seh deine Feste. Ich seh deine Feste. Ich hab auch meinen an. Das ist auch meine. Nein, ich hab hier US-offennehmbar. Achso. Leute, ganz wichtig. Schaut nicht bei Flamme vorbei. Auf keinen Fall. Na Spaß. Marcel. Ich glaub wir gehen einfach frei. Gleich bedeutet das Krieg. Ist okay. Ist okay. Ist okay, dann machen wir halt Krieg. Ist mir egal. Und die Achtung entfernt. Boah, Marcel. Na Spaß. Okay. Tschüss. Leute. Wann ich keine Folgen bekommen, bin ich tot. Tschüss. Na Spaß. Ja, bis zu. Tschüss.